Hallo und herzlich willkommen zu einer weitere Runde Let's Play Infinity Wars mit mir, euren Masthof. So, wie ihr seht, ich bin wieder ein neuer Tag, also wir haben hier einen neuen Tag und wir können dann wieder ein paar IP gewinnen. Und diesmal werde ich mir wieder ein Muster kaufen können. Ja, seid also gespannt, was ich wieder ziehen werde. Lust zu Puff, hier habe ich schon, genau. Da, das heißt, wir wünschen die Games of Infinity Wars. Das sollte ich hinbekommen. Wir machen nur Ranked, oder? Nein, an Ranked eigentlich lieber. Dann machst du ein schlechtes Deck. Da würde ich nicht Ranked spielen. Und dann einfach so hochkommen, dass ich es nur noch verliere. Nein, nein. Dann lieber auf die Art, versuchen zu schauen, ob das Matchmaking gut genug ist, um mir ebenbürtige Gegner zu schicken. Ich glaube, das macht für alle Beteiligten mehr Spaß, wenn ich nicht dauernd auf die Nase bekomme und aufs Übelste geplättet werde. Ich schätze, das ist besser. Schauen wir mal, wer... Wir sind ja immer konstant auf unter 50 Spieler. Schon wieder 43. Wir waren sogar unter 40 letztens. Weiß nicht. Das Spiel... Ich weiß nicht, was für das Spiel los ist. Vielleicht sollten es mehr Leute Let's Play nehmen, um es bekannter zu machen. Jawohl. Oder sie sollten was an ihrer Preispolitik ändern. Ich glaube, die ist aber zu krass. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Das ist schon mal fairer als manch anderes. Das... Da bin ich sicher. Aber... Trotzdem geht das deutlich besser. Aber... Mit dem startet er schon. Das ist natürlich eine interessante Sache. Was machen wir in dem Fall? Hm... Nichts, oder? Oh, dann spiel ich lieber die Karte aus. Hat ja keinen Sinn. Hä? Oh, lol. Das wollte ich nicht. Doch, ich mag den nicht. Deswegen... Ja. Er ist zuerst dran. Vielen Dank, dass du die jetzt zu dirffst. Muss anders gegen den dann wohl spielen, hä? Und da auch tot. Ach! Ich will Finish machen nicht Undo. Was ist halt mit mir los? Der Tipp schlägt auf jeden Fall, bevor er irgendwas machen kann. Okay, da müssen wir ein Fliegen hinkriegen, aber... Das schaffe ich gerade nicht. Wie ihr seht, ist nichts los hier bei mir. Oh, was machen wir dann? Spielen wir den oder den? Machen wir den so hin? Schon noch sehr fort. Ja. Okay. Also den kriegen wir auf jeden Fall tot hier. Okay. Den würde ich auch tot kriegen, aber da will ich gerade nichts machen. Aber den kriege ich natürlich dann nicht tot. Aber den zu spielen will gerade Selbstmord. Wir sind bei vier. Schöne ich die, oder? Auch wenn ich nicht viel Schaden dadurch mache. Und Ben wieder. Er kriegt noch ein bisschen Schaden, ja. Sieht nicht so gut aus für mich gerade. Ah, jetzt wird's böse. Richtig böse, sag mal. Wenn er schlau ist, verändert er das jetzt natürlich. Hm, aber ich beschwörte ihn noch. Und den denke ich mir auch. Wohl, vielleicht noch hier. Und, und, und. Am Ende auch noch den. Genau. So machen wir's mal. Schauen, was abgeht. Naja. Oh, das war jetzt gemein. Ein Stück mein Zehn, und irgendwie am Ende. Die wissen müssen, dass so ein dummes Zeug noch kommt. Naja. Was machen wir hier? Wir schicken den ins Rennen. Und ich bin dran. Schicken wir den noch ins Rennen. Und zufällig noch ein bisschen Schaden an den. Und beschwören den noch. Und schauen mal, was abgeht. Im Moment würde ich ihm mehr Schaden machen, als er mir. Darum. Oh. Alles für mich kaputt. Vielen Dank. Mister. Fantastic. Aber okay. Dafür können wir die Karte jetzt ausspielen. Plus die. Ja. Das kann ich gar nicht mehr gewinnen. Allein wegen dem, weil ich nix gezogen hab. Von meinen drei Karten. Das ist ja. Von 40. Also von 13 Karten nix gezogen. Das ist schon hart. Wenn der natürlich gezogen hat. Was er brauchte. Ah. Oh no. Was konnte er nochmal? Ach. Den tötige Wasser. Was ist hier? Ah. Oh ja. Vielen Dank, Mister. Oh ja. Dafür danke ich auch. Okay. Ja. Das hat's gebracht. Das hat's gebracht. Sechs dann alles. Das ist auch toll. Ja. Wir haben gerade sowieso nix vor. Wieso nicht? Ja. Vielleicht zieht ich noch eine? Ne. Was mach ich dann? Wir schwimmen. Jetzt schwimmen wir den einfach. Mhm. Ja, ja. Mach mal. Ha. WTF sag ich noch. Ah. Der ist auch so wie tot. Leider kann er nichts machen gegen. Was soll man denn noch machen? Er ist bei sieben wieder. Was ich bräuchte, wären andere Karten. Na, die wollen mir bestimmt helfen alle. Ah, das war mies. Das ist die schlechteste Runde, die ich hier hatte. Oh nein. Jetzt zündet er ihn. Zufall. Ja, ja. Den haben wir jetzt auch. Wenn ich da nichts machen kann, bin ich tot. Und wir ziehen natürlich nix. Wer hätte das gedacht? Oh nein. Jetzt werden wir noch eine Karte. Juhu. Nun fänden wir. Ja, ja, ja. Das war die schäbigste Runde, die ich je erlebt hab. Ha. Aber richtig schäbig. Was will man dazu sagen? Oh, eine Karte für Sieg. Weil ich nichts gezogen hab dagegen. Oh, Mensch. Okay, machen wir weiter. Und versuchen uns nicht weiter zu ärgern dadurch. Ja. Vielen Dank auch. Oh, was machen wir hier? Hm. Weiß nicht. Ich tu den auch mal ins Ratschicken. Und schauen wir sofort. Dann war nichts. Außer den zu beschweren, okay? Ja. Dann machen wir doch den weiter. Was könnte er? Den würde ich lesen. Au. Payphone für die Echtdämonische. Keine andere Kompizu. Hä? Das ist toll. Hm. Ja. Was könnten wir machen? Vier aufgeben. Machen wir doch. Ja. Das ist okay, so. Hm, 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 hm. Oh, ja. Den schickt er mir weg. Und ihn auch. Okay. Ich bin da ja lieber zum töten. Statt zum kurzzeitigen Auswechseln. Ich bin da ja lieber zum Töten. Was machen wir? Wir töten den. Und wir schicken die noch ins Rennen. Und das war's schon wieder. Zwecke anziehen ist immer gut. Hm, hm. Tot. Oh, er kann schon schießen. Äh, was macht er? Einmal per Zung. Naja. Den check ich dann wohl nicht in die Kompizone. Das wäre ein bisschen böse. Wir sind bei 5, oder? Und er ist zuerst runter. Und spieg ich die Karte auch aus. Hä, hä, hä. Ah, hä. Okay. Das hat er also gemacht. Ja. Ich mach, glaub ich, ein bisschen Meschern jetzt. Okay. Und für 6, denk ich mir, kann man hier noch den töten. Und seinen ins Rennen schicken. Und wir tun die alle immer nach vorne. Jeden Einzelnen. Heißkann. So. Mach was gegen meine Armada. Oh. Äh, da bin ich wohl tot. He, he. Er hätte damit rechnen können. Obwohl, wir sind beide tot. Ein Dua. Das ist auch mal cool. Ne. Zwei Punkte. Oh mein Gott. Wie verliere ich denn heute? Wegen so einer Karte. Coil. Coil. Ja, vielen Dank. Also heute läuft es ja gar nicht. Na ja. Einen Sieg werde ich dann wohl hinbekommen. Das gibt's doch nicht. Wir spielen ja zum Glück noch nicht lang. Ja. Ich hasse das. Sieben Minuten spielen wir, glaube ich, circa. Ja. Das heißt, wir machen wohl noch zehn Minuten. Zehn bis 15. Mal sehen. Ja, auf jeden Fall erwarte ich den nächsten Gegner, der mich plättet. Denn heute sind wir am Verlieren. Immer und immer wieder. Da freut sich doch die Zockerseele, wenn sie immer verliert. Das ist sehr motivierend. Haha. Ja. Vielen Dank, Spiel. Vielen Dank, Gegner. Wer will mich diesmal plätten? Ich habe aber ein schlechtes Deck wahrscheinlich. Obwohl er sieht aus wie so ein langsamer, was weiß ich, Spiel-Dick. Kartenspieler. Was machen wir jetzt? Den ausspielen. Das ist okay. Jo. Den verstärkt er wahrscheinlich. Oder macht er irgendwas damit. Keine Ahnung. Was ist das für... Oh ja, schickt beide ins Rennen. Okay. Müsste. Denkt ihr, was ich jetzt mache? Damit rechnet er nicht unbedingt. Nämlich das hier. Äh, achso, das war er. Okay. Schauen wir mal, was abgeht. Ich habe den frühzeitig gezogen. Das ist gut. Vielleicht soll ich die ab sofort spielen. Aber ich brauche zwei von denen. Deswegen geht es im Moment nicht. Karten ziehen ist aber zu gut. Oh ja, den spielt er schon. Das sind Säfte. Töten. Joa. Hm, hm. Oh, schau mal für drei. Sie sollen nicht für drei den töten. Weil er nervt. Das war es eigentlich auch schon. Ich bin auch dran. Ich kann ihn also auch töten. Vielen Dank. Was solltet ihr? Ich bin natürlich schlau, weil sie ja mal hinschicken. Weiß ich nicht. Nee, tut aber nichts. Joa. Bis ich ihn auftöte. Achso, ja. Ich mach den auch so. Schaut. So. Und dann denke ich mir, kann ich den noch beschwören. Na, für den Fall. Ja, seht ihr. Falls sowas kommt. Der einen sofort tötet. Egal, was er da hat. Ja, egal. Beschwimmen wir doch diese Kreatur. Und diese. Und weil wir fünf haben und dran sind. Diese noch. Ja. Schauen wir mal, was er jetzt macht. Den nervt er an zurückschicken. Okay. Ja. Machen wir es so, oder? Und tun noch. Ein Sechser Hiyashi. Und theoretisch haben wir noch die Karte. Sehr schön. Und jetzt sehe ich es schon kommen, dass er alles entflammt. Aber, ja. Was soll ich sonst machen? Oh, oh. Bad Bot ist nicht so gut. Ist wie gesagt sehr bad. Badass, könnte man sagen. Aber stattdessen hat er jetzt meine ganzen Kreaturen vernichten können. Wird vielleicht besser gewesen. Naja. Schucke ich ihm diesmal auf die Hand? Ne. Töt den einfach. Ich bin wieder dran. Das ist nicht so gut, wenn ich dann... Ich ziehe in dem Fall lieber eine Karte. So. Das ist besser. Was halt auch noch was Böses macht. Lass ich es lieber auf die Ort ankommen. Töt ihn zuerst auf jeden Fall, bevor er ihn schützen kann oder so. Außer er zieht sie natürlich zurück. Was in der eigenen Prioritätsphase denn gar nicht so schlecht ist. Da. Mach den. Und den beschüttern. Denkste. Nicht mit mir hier. Das verstärkt er den Golem neben hier. Achso, hätte er lieber gemacht. Aber okay, wollte er, konnte er nicht. Na gut. Wir machen hier für sechs. Ah, der lebt noch. Den kaputt. Ich hoffe, das passiert nur einmal. Und nicht tausendmal. Habe ich noch irgendwas zum Beschwören? Den noch. Aber auch nach vorne mit dir. Und den tun wir noch. Oh ja, so einen. Wieso nicht? Habe ich so viel Lauf? Ja, war mir klar, dass er ihn verstärkt. Und seine Vorderse heilt. Und den töten wir ja ganz. Er war zu böse. Ja. Sieht ja gar nicht so schlecht aus, meiner Meinung nach. So, was machen wir? Ich denke, wir tun ein paar Kreaturen hier herschicken. Zum Blocken. So. Und beschwören noch den da. Weil er kratzt sehr gut. Hm. Machen wir so. Und so. Ja. Und schauen mal, was jetzt so abgeht. Vielleicht ein Tor. Vielleicht gewinne ich. Hm. Vielleicht macht er was, bevor der Effekt von ihm zustande kommt. Ich weiß gar nicht. Aber wir werden es sehen. Lasst euch und mich überraschen. Und dann, äh, ja. Den verstärkt er nämlich an, weil er böse ist. Und dann tatschüppelt. Oder? Kann ich mir zu flühen, denn keiner hat bekehlt vom Non-Damage-Sauce. Ach, mehr nicht. Ach ja. Ja, tot. Da schickt alles in Def-Stadt anzugreifen. Das finde ich okay. Oder hat er auch irgendwas, um mich zu zerstören? Weiß nicht. Klappt nicht. Wieso tut er die nicht irgendwo? Oh, das hat er vor. Dann ist es egal. Er ist trotzdem tot. Danke für den Sieg. Unser erster Sieg hier heute. Und wir dürfen einen Buster ziehen. Und wir haben diese Karte gezogen, die nicht schlecht ist, aber naja. Jo. Ich gehe in den Store und kaufe mir nicht vom Reis, sondern vom Core. Super. AP, oder? Achso, ich muss vor. Ja, ja, danke. Dann tue ich mal mein Ultra-geheimes-Passwort eingeben. Ultra-geheim. Und schauen wir, was könnten wir ziehen. So was haben wir gezogen. Die, ja. Oh, das ist okay. Oh, Infektive-Pack-Leader. Naja, nicht so toll. Meine Meinung nach. Hm, auch noch kommen. Ein meditierender Monk. Monk. Oh ja, das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Da, die haben wir zum zweiten Mal gezogen. Gute Karte. Die haben wir auch gezogen. Auch gute Karte. Target-Karate. You control. Cannot die. Frommanon. Damage-Sauce. Das tut. Die ist auch gut. Die ist auch sehr gut. Uncommon. Die habe ich geglaubt, sowieso nicht so aufgelöst. Und, und? Eine Rare. Aber eine gute. So was, Target-Sefakte, jetzt bloß zwei, bloß zwei permanentli. Okay. Return. Was machen wir jetzt? Noch eine Runde zocken? Oder bauen wir uns ein Deck? Ich schätze, wir bauen das doch mein Deck zustande. Und zwar hätte ich gerne erstmal geschaut, wie viele Fliegen die ich habe. Zwei nur. Also machen wir drei draus, oder? Und die tue ich dafür weg. Tut mir ja leid, aber die passen nicht ganz so gut in das Deck. Zur Rennung quasi gesplasht. Nicht gut. Doof. Die passt in ein anderes Deck von mir besser. So, jetzt wo sind meine Flemmingen? Okay, die könnte ich natürlich auch nutzen. Exhaust habe ich auch einmal. Schon gute Karten. Ja. Wo ist mein Fliegender? So, ich bin bei Zauberkarten. Ups. Ja, hier sind wir. Den haben wir, den haben wir. Aerial Commander. Den möchte ich spielen. Dafür habe ich ja schon einmal ausgepackt. Okay. Es lohnt sich, klappt noch nicht. Klappt? Nee. Sollte ich noch eine Karte spielen, die mir ein Plus gibt? Ich schätze schon, ja. Wieso nicht? Karten ziehen ist immer gut, oder? Hm. Wo sind wir hier? Da. Candy it. Ich nehme dich raus und nehme dich rein. Und zelchen das als Unstoppable Coil. Unstoppable, ja. Nicht Unstoppable. Und gehen zurück. Und gehen zurück. Hm. An Holy Mechanic. Den hatten wir mal so gemacht. Okay. Was können wir jetzt hier alles machen? Wir haben eine Karte. Die meine Karte verstärkt. Einfach so. Sinnlos. Für nichts. Was sehr gut ist. Was haben wir hier alles? Aber hier auch gute Karten, aber... Ja, da wollte ich nicht. Age, Nicole, Feuer, ist da, da. Jetzt muss ich schauen, wo die ganzen Grittungen sind. Hier sind wir da. Alerta. Die möchte ich auf jeden Fall... ...nehm den Dings haben. Und dafür nehmen wir den raus. Tun Alerta ran. Gesamfts... Oh. Tut mir leid, Alerta. Ich möchte dich als... Commander. Commander. Da bist du besser aufgehoben. Glaub mir. Und ich schätze eine Candid. Statt dieser Karte nehmen wir Candid rein. Um Karten zu ziehen. Also auch Commander. Commander Candid. So finde ich das gut. Gut. Yo. Was können wir noch machen? Hm. Gute Frage. Was haben wir hier alles? Wir haben Luca... Combat haben wir schon dreimal entdeckt. Badbot. Nicht schlecht eigentlich, aber... Ich glaube, das ist alles, was wir brauchen. Ist das ein Neutraler, oder? Ne, ist das einer. Davon brauchen wir zwei, ja. Ich schätze, ich sollte trotzdem einmal die fliegende Kreatur reinmachen. Wo bist du? Oder die vielleicht sogar? Dein Neujahr ist solcher. Die Fans von dem Kanzler gehört. So, vorfühlt. Die will ich halten. Die ist gut. Und dafür haben wir raus. Hm. Gute Frage. So eine vielleicht? Die ist gut, aber die kommt dreimal auf voll zu viel, glaube ich. Machen wir die zweimal. Und schauen, wie das so abgeht. Was heißt denn das? Und, ja, ich schätze, das Deck, was wir uns jetzt hier ein bisschen so gebastelt haben, spielen wir ja nächste Woche. Also, ich beende jetzt diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Master of. == == == ==